In Zeiten von Null- und Negativzinsen ist Vermögensaufbau ein wirklich schwieriges Unterfangen geworden. Ohne Aktien geht es nicht mehr. Aber gerade Frauen sind bei dem Thema ja leider ein bisschen verhalten, ein bisschen vorsichtig. Das können wir ändern. Ich habe das Problem sowieso nicht. Ich bin leidenschaftliche Aktionärin. Ich liebe die Börse, ich liebe Aktien, ich liebe Vermögensaufbau an der Börse. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Ich bin Finanzjournalistin, Buchautorin und ich würde dich gerne mitnehmen auf meiner Reise und dir zeigen, wie du auch in Zeiten von Null- und Negativzinsen noch ein bisschen was aus deinem Geld rausholen kannst, sogar ein bisschen mehr. Denn es ist wirklich wichtig, dass wir uns um unsere Finanzen kümmern. Gerade wir Frauen, wir verdienen weniger als die Männer. Wir legen weniger an, wir sorgen weniger vor. Unsere Rentenlücke ist deutlich größer als die der Männer. Da müssen wir gegensteuern. Man geht davon aus, dass die Rentenlücke jedes Deutschen zwischen 500 und 1500 Euro liegt. Bei den Frauen sind es eben leider eher die 1500 Euro und zwar pro Monat. Das kannst du jetzt mal zwölf rechnen, die Summe dann mal zehn, mal zwanzig, mal dreißig Jahren. Es ist ein Rentenkrater, der da vor uns liegt und da müssen wir ran. Und das geht mit relativ einfachen Strategien. Aber es darf auf keinen Fall die Anlageklasse Aktie fehlen. Und davor scheuen ja viele wirklich zurück, weil sie Angst haben, das Risiko ist groß, man kann jederzeit Geld verlieren. Das ist richtig, wenn man kurzfristig denkt. Aber so denken wir Frauen ja gar nicht. Wir denken bei der Geldanlage ja eher langfristig. Und langfristig ist das Risiko bei Aktien deutlich geringer als du denkst. Es ist sogar relativ gering, wenn man das Risiko eben breit streut. Wie genau das geht, welche Strategien es da gibt. Ganz einfache Strategien sind das übrigens. Wie du die umsetzt, das erkläre ich dir in meiner Masterclass. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dir die Zeit nimmst und reinschaust.